Hallo und herzlich willkommen in meinem Garten. Das hier ist meine selbstgebaute Futterstation. Tagsüber kommen viele Vögel und Eischörnchen. Doch wenn die Nacht herein bricht, wird es wild und es gesellen sich ganz besondere Gäste dazu. Welche das sind, erfährt ihr gleich. Viel Spaß bei Nachtschicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Vögel und Eischöße Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020